Die Verse 115 bis 118 habe ich etwas abgekürzt. Die Klauseln lauten Hier ist zu erklären. Sanguinis haustus, das Ui wird gelesen wie Hui, Ui, wie ein Ui. Also Ui, als Überraschungswort im Deutschen. Hui oder Ui. Also eine Silbe, das ist eher die Ausnahme. Und sowas würde ich immer angeben, habe ich auch dann oben schon mal erklärt. Also hier Sanguinis haustus gelesen. Was neu ist hier, wir müssen aufpassen, dieses Settimidist. Hier handelt es sich um eine umgekehrte Illusion, nämlich eine Wegnahme. Aphareisis in Griechisch. Dies bedeutet, wir müssen hier nicht den Vokal des Auslauten, den auslautenden Vokal des Wortes verwenden, sondern wir hauen raus das E von Esse. Wir lesen also Timidist. Wir wissen, wenn zwei Vokale aufeinander folgen, am Wortende und am Wortanfang. So bedeutet dies, dass die Worte, die Vokale verschmolzen werden. Das geschieht einmal durch die Illusion. Nämlich, dass wir den ersten, den Vokal, den auslautenden Vokal des ersten Wortes wegnehmen. Dann wäre das I weg. Aber bei allen Formen, die auf E folgen, also nach einem Vokal wie hier, dort spricht man von der Aphareisis, der Wegnahme. Dort wird natürlich das E weggenommen. Das gilt bei Formen auf, also natürlich auch bei Auslauten, dem um, em, am, im, sst. Da würde auch das E weggenommen werden, Wegnahme. Zur Analyse. Ihr seht hier, ich habe es schon mal voranalysiert. Es muss nicht jedes Mal erklärt werden. Ihr vergleicht, ob ihr es richtig habt. Könnt euch das notieren. Mir noch vor der Extemporale eine Frage stellen, wenn ihr welche habt. Vielleicht können wir hier noch mal was zum Lesen sagen. Es wird immer die erste Silbe des Wetterums betont. Ich gehe mal mit mit dem Pfeil. Gut, das könnt ihr überprüfen. Und dann mache ich hier schon gleich mal Schluss. Dann...